Und ich habe mir praktisch selbst alles organisiert. Ich bin der Frenkie Gnatovic, komme aus Serbien und ich bin Basketballtrainer. Als Kind wollte ich wie viele andere irgendwie Offizier sein oder am besten noch Pilot. Aber ich glaube, dass jedes zweite Kind diesen Wunsch hat. Und irgendwann, wo ich angefangen habe, Basketball zu spielen, war mir klar, dass ich gerne was im Sport mache.